Drop the Beat! So, jetzt könnt ihr was Schlechtes von bedenken oder so. Ich habe das Kind nicht gesehen. Ich habe es einfach nicht gesehen. Ich habe es umgeguckt. Da war nichts. Fast. Ja, siehste, so schlimm ist es auch gar nicht. Solange wir lachen können, ist alles gut. Gut. So, und solange der TF jetzt noch hier ist, lasse ich das tatsächlich den TF entscheiden. Also, dieses Spiel, welches echt richtig teuer ist. Da draußen liegt die Oma. Was? Haben wir nicht gesehen? Das Spiel, was richtig teuer ist. Würde ich gerne. Ich mache schon mal das Ausrufezeichen zum Joinen fertig. Gut. Was ich will, ist total egal. TF, du kannst jetzt sagen, hau das für alle raus, die 25 Liter haben. Und 25 Liter sollte man haben, wenn man ein Follow gedrückt hat und länger als eine Stunde dabei ist. Und wenn nicht, könnt ihr jetzt alle mal gucken. Gebt alle mal ein Ausrufezeichen Tinte. Dann könnt ihr mal schauen, wie viele ihr habt. Und wenn du das so möchtest, mache ich das. Ähm, oder man kann sagen, dass das für die Subscriber ist. Ähm, die, guck mal, kann ja, siehste, du hast auch 36 Liter. Äh, oh, N4 Gumo. N4 Gumo. Ähm, wie auch immer. Ähm, man könnte sagen... Irgendwas stimmt da nicht. Kann ja, das ist alles schön gut. Äh, alles super. Alles okay. Nichts für ungut. Liebe Sumsebiene. Aber wie kann das sein? Hä? Warte mal. Ja. Muss man... Ist Steam eigentlich immer online sein? Vielleicht gibt... Jetzt muss ich da mal irgendwas gucken. Äh, wo ist es denn? Wo ist es denn? Currency. Kann es sein, dass die Sumsebiene so viele... Ach, weil sie donated hat? Weil sie donated hat? Nein, da nichts auch nicht. Hasi, ich geschlafen bin. Tun müde. Anstrengender Tag. Ich wünsche viel... Ja, Hauptsache du bist am Sonntag am Start. Das würde mich sehr freuen. Ähm. Nein, eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Ich kann das auch anmachen. Nein, das ist der Herzzimmer. Den wollen wir nicht. Das wollen wir. Ihr könnt das hier sehen. Ja. Hier könnt ihr das alles sehen. Und wie gesagt, ich will ja nur, dass es fair ist. Kommt aus Spielern. Steam hat... Ach so. Ah, jetzt weiß ich, was du meinst. Ne, ne. Also ich hab hier... Ähm. Also das hab ich noch nicht mal eingestellt. Das hab ich gerade erst gesehen. Es sind 10 Punkte. Also es müssten 50 sein, die da drauf gekommen sind. Weil das ist... Nicht übel nehmen. Aber das ist natürlich echt viel. Und das ist nicht richtig. Wir gehen jetzt mal dem... Auf den Grund. Wir gehen dem jetzt mal auf den Grund. Denn es soll ja fair sein. Ja. Du hast auch 2K-Tinte mehr. Nur wegen der Tinte. Na klar. Zum Glück. Also das verstehe ich nicht. Ich hab nichts eingestellt. Nichts geändert. Sonst würde ich mich jetzt auch nicht so wundern. Ähm. Muss ich da jetzt mal beim Sertelion gucken. Beim Sertelion. Sorry. Aber das möchte ich jetzt mal eben kurz wissen. Ja. Weil ihr wart ja ziemlich gleichzeitig. Sertelion hat auch 3500. Okay. Der Werbwolf. Wie belast du denn? Stimmt. Als wenn überall eine Null hinten dran gekommen ist. Äh. Ich hab keine Ahnung. Äh. 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 Nee, nee. Also wie gesagt. Ich kann euch das ja sogar zeigen. Ich hab gar nichts gemacht. Ich hab gar nichts gemacht. Vielleicht ist aber auch irgendwas mit dem Kollegen hier nicht. Also hier könnt ihr sehen. Es gibt nichts. Nirgendwo. Irgendetwas. Ach. Du ahnst es nicht. Ich weiß. Ich weiß. Woran es liegt. Ich weiß. Woran es liegt. Hieran liegt's. Hieran liegt's. Das ist der Subscriber-Bonus. Und ich hab vorhin geguckt, wie viel das ist. Und hab wahrscheinlich aus Versehen hier 222 angegeben. Und ähm. Solange du on subscribe bist. Kriegst du 222 dazu. Anstatt ein. Daran liegt's. Das ist ja eigentlich eine coole Sache. Wenn man subscribt, dass man mehr Tinte sammelt. Das ähm. Finde ich sogar gut. Aber 222 ist ein wenig viel. Hahaha. Entschuldigt. Es tut mir leid. Also nochmal. Das ist zum Beispiel auch so eine Sache. Ähm. 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 Ihr könnt jetzt sagen, das Glas ist halb voll, das Glas ist halb leer. Ihr könnt sagen, was ist das für ein Idiot, ne? Ihr könnt aber auch sagen, ey Mann, cool, er hat's gefunden, ne? Und das müssen wir wegmachen. Ich mach das nicht weg. Ich überleg mir eine Zahl. Weil ich find, Subscriben, die haben auch anstatt Followern vielleicht ein bisschen mehr verdient. Das ist schon okay. Ähm. Hier könnt ihr halt den Bonus sehen, ne? Also den Bonus, den man bekommt, wenn man subscribt, halt, ne? Ähm. Ich, äh. Also alle, die subscribed haben, müssen jetzt nicht mehr. Mächtigen Push bekommen haben. Scheiße. Und das ist mein Fehler. Und wenn man einen Fehler macht, da könnt ihr nichts für. Sertelion, du hast beim Duschen einen Arschvoll, äh, einen Arschvoll Liter an Tilti verdient. Scheiße. Mein Fehler. Mein Fehler. Euer Glück. Das ist ja für die anderen nicht schlimm. Das ist ja nur ein Bonus für die Subscriber. Dann war das jetzt ein einmaliger Bonus für die Subscriber. Aber es sei denn, wenn jetzt, ähm, also, wenn jetzt Leute sich überlegen zu subscriben, okay, dann gehe ich mal weiter duschen. Genau, einfach weiter duschen und sammeln, bis der Arsch kommt. Äh, scheiße. Ähm. Nehmt das als einmaligen Bonus. Als Dankeschön fürs Subscriben. Ich werde da ein bisschen mehr machen für die Subscriber. Ähm, zumindest, ähm, ich mache ein bisschen mehr für die Subscriber. Das finde ich fair. Ähm. Und, ähm, krass. Ähm, aber alle. Alle, die, was ist denn? Das ist zu viel. Möchtest du sie wieder abgeben? Das war mein Fehler. Das war mein Fehler. Und, bitteschön. Ähm, alle, die jetzt mitmachen wollen, gleich bei dem Subscriber, ähm, Gewinnspiel und jetzt subscriben möchten, den sponsere ich auch, die, ähm, 2000 als Dankeschön. Das ist natürlich nur fair. Das war mein Fehler. Also, wenn das jetzt jemand machen möchte, weil wir gleich eine Subscriber-Runde haben, auf jeden Fall, egal, was der TF jetzt sagt, wie er sich entscheidet, ist er noch da? Ja. Äh, egal, wie er sich entscheidet. Ich gehe definitiv weiter duschen. Hahaha. 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 Hm. Hm. Dann, ähm, kriegt er auch auf jeden Fall die 2000. extra, weil es nur fair ist. Also, überlegt's euch. So. Also. Haben wir den Fehler gefunden? Das ist ja gut. Das ist ja schön. Und dann können wir, äh, mh, give away. So. Lieber TF. Wir hauen jetzt deinen Key raus. Ne? Solange du noch da bist und, äh, an deinem Gin Tonic schlabberst. Ähm. Prost. Ähm. Shadow Warrior. Ist richtig teuer. Vielen, vielen Dank dafür, dass du den Key der Community zur Verfügung stellst. Voll geil. Vielen, vielen Dank. Du entscheidest jetzt. Gibt drei Möglichkeiten. Also. Jeder, der gefollowt hat und egal wie viel Liter hat, von mir aus auch ab 15 Litern, die kriegt man automatisch, wenn man folgt, wenn man folgt, wenn man folgt, ähm, man müsste, glaube ich, 21, 22, 25 haben, irgendwie, wenn man eine Stunde zuschaut, ähm, über nur die Subs oder wofür online sein muss. Für das Spiel. Für das Spiel. Das kann der TF wahrscheinlich sogar schon sagen. Muss man dafür online sein für das Spiel? TF? Dann muss ich nicht extra, obwohl das ist ja nicht so schwierig. Warte, warte, warte. Shop. Nö, muss man nicht. Nein. Janus, habe ich doch gerade erklärt. Hast du es mitbekommen? Ich erkläre es gerne nochmal. Ich erkläre es gerne nochmal. Janus. Hier war eingestellt. Ich zeige es auch nochmal. Warte. So, ähm, wo ist es? Currency. Hier war eingestellt. On Subscribe. Wenn man ein Subscriber ist, dann kann man hier einstellen. Also man kann, ne, wenn man einfach nur zuschaut, wenn man folgt und wenn man subscribt. So, und, ähm, ich dachte vorhin, dass, äh, Subscriber-Bonus, äh, ich habe den Subscriber-Bonus hier eingegeben, anstatt hier. Nö, ne, der Scheiß, der stand hier die ganze Zeit, aber ich habe nur, wahrscheinlich war es irgendwie, äh, von irgendwas verdeckt. So, wahrscheinlich. Und dann habe ich hier zwei.